Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider, die Chronik. Mal gucken, ob ich es schaffe. Wenn nicht, muss ich ein Sheet verwenden. Was einem nichts nützt, wenn man brennt. Dann nützt es einem gar nichts. Zumindest nicht, wenn man kein Wasser in der Nähe hat. Es ist zwar Wasser in der Nähe, es ist aber elektrifiziert. Oh nein! Großes Medipack. Danke. Ein großes Medipack. Nein, was machst du da, Lara? Lara! Lara! Humm. Wie soll man das schaffen? Verflixt! Verflixt! Verflixt noch einmal! Man hat zwar zwei große Medi-Packs zur Verfügung. Aber, hm, mal sehen. Hier solltest du nicht runterfallen! Lara! Ich höre eigentlich, dass du im nächsten runterfällst! So! Ah! Blablabla! Rindler! 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 Nein! So kann ich es ja gleich vergessen. Okay, okay. Ich lade nochmal. Ja, so geht es ja nicht. Ja, man, 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 man. Warum brenne ich schon wieder? Ja, weil ich wieder zu nah war, oder was? Wenn das noch weitergeht, werde ich einfach den Shield benutzen mit unendlich Medikits. So. Und nicht, weil ich es ja einfach machen will. Nein! Weil es einfach zu frustig für euch sein würde. Ja! 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 Das ist extrem schwierig Es mit zwei großen Medipacks zu schaffen Liegt hier was? Aha! Gut zu sehen Was ist das da unten? Das muss ich erstmal mal ansehen Hat anscheinend nichts zu sagen Aber so kann ich das eigentlich auch vergessen Also wenn ich jetzt diesen Part nicht schaffe Überhaupt nicht schaffe Dann nehme ich halt einfach diesen Cheat Weil wenn ich zu wenig Medipacks habe dafür Was war das? Lara, warum hast du zwischendurch überhaupt nichts Hast du überhaupt nichts gemacht? Ich drücke nach vorne Nö, ich bleibe mal an der Wand stehen Stehst du einfach auf Exekution oder was? Meine Güte Was ist das denn? Ähm, so nicht Jetzt nehme ich das große Medipack Ah, noch ein Terminator Immer hinterher Ist er Ja, die Steuerung ist auch nicht gerade einfach Ist er eingesperrt? Was ist das denn? Ich glaube, der ist da drin Ich hab's geschafft Ich speichere mal ab Jetzt hoffe ich, dass das andere kein Leben frisst Ach, nur Luft Und vergiftet Das ist ja ganz toll Was? Was? Ähm, mh Das heißt, ich hab definitiv zu wenig Medipacks Heißt, ich hab definitiv den Sheet jetzt verwenden So viel Leben, wie ich hier verliere Kann ich nicht Hab ich nicht Mal gucken, ob er überhaupt funktioniert Ja Er funktioniert Jetzt hab ich zwar auch unbegrenzt Muni Aber das ist mir jetzt gerade egal Aber ich würde sagen Ich mache hier ein Cut Und bis zum nächsten Part Und bis zum nächsten Part Und bis zum nächsten Part